hallo herzlich willkommen zurück zu madgas heute habe ich mal vor und zwar wir waren ja letztens unterwegs ein bisschen dschungel gefunden und wollten dann natürlich noch ein hund mitnehmen problem an der sache war der hund ist dann auch mal verschwunden war dann natürlich ein bisschen blöd jetzt machen wir natürlich ganz interessant wird natürlich nicht interessant für jeden hat es mir klar und zwar holen wir uns einen hund heute aber vorher obwohl du können wir auch nachher machen und die kommen daher die jäger nehmen am besten immer gleich 200 holen und dann kann ich die nachher im jäger gleich sagt man vervielfältigen und das machen wir jetzt und da gehen wir am besten dahin wo wir letztes mal schon waren moment zeigt natürlich kein boot mehr sind wir schwimmen ihren zurzeit so tue ich jetzt ein bisschen blöd aber ja gut also wir holen uns jetzt zwei wölfe oder hunde oder wolfshunde oder wie rüber das machen wir jetzt erstmal haupt aufgabe für heute und dann war dann habe ich noch vor einen weg zu bauen der nachher so ähnlich aussieht wie eine allee also schön breiten weg mit bäume dann an den seiten platz finden zum hochkommen mit bäume an den seiten um denn und geradeaus text raus ja weil er einfach cooler aussieht völlig schick völlig schön bin letztens meine straße lang gefahren dachte mir auch geil so sollte aussehen natürlich auch noch aber jetzt als allererste teil ja schon erwähnt hunde oder wölfe oder wolfshunde oder wie auch immer und dann schwimmen war und schwimmen und schwimmen kann natürlich auch vorher boot kauer bauen können wer vielleicht effektiver gewesen und jetzt ist die dunkel so jetzt dunkel und der glück die leid ist da da wird mir ganz anders jetzt ganz ängstelich die sonne ist jetzt untergegangen andere seite ist jetzt der mond aufgegangen naja so ist hat da sind wir langsam wieder grund ist jetzt gleich wieder land kommen auf weg irgendwann mal da da ist land land ist die war hier gerade am rand da taucht sie gerade auf der mini karte auf da haben wir augen schon gelöscht hoffe dass ich jetzt die suche nach ein paar wölfen jetzt nicht als zu extrem erweist dass das jetzt ewig dauert bis man hier ein paar wölfe findet nur komm her da kommst du durch den baum die durch aber da ist die doof so nur so gucken da sind wölfe zumindest eh so kleiner hundi ich will ja meine 50 dinger hier rein braten mein freund komm mal wo sei denn dann kannst du mich mal endlich lieb haben hier weil ich eine fresse so gut dann brauche wasser einmal hier lehrt brauchen wir aber noch das hundi wir brauchen jetzt aber noch einen zweiten weil wir die vermehren wollen zu hause jetzt ist aber die frage also kühe sind ja nur massig hier aber wo sind jetzt noch hunde und folgt der andere folgt mir ok wo sind jetzt hier noch weitere hunde wölfe in dem fall sind es ja erst mal nur wölfe hunde wir uns ja erst wenn wir sie gezähmt haben aber es echt ein bisschen blöd wird letzte mal wo wir nicht drauf abgesehen haben wo wölfe da waren sie zu massen da und jetzt einer 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 1 ja stellen wir noch mal eine fackeln hin ne ne aber das war einfach das war ein derbe gerausche das kann ich euch nicht antun wollte ich auch nicht und hab dementsprechend jetzt hier die pure hitze ne das ist natürlich auch lustig sitzt im warmen büro wo die klimaanlage gerade so funktioniert kommst du nach hause willst du Aufnahme machen darfst du hier immer noch gehen ventilator anschmeißen das ist zumindest so aussieht oder dein körper denkt dass es kühl ist aber nö geht nicht weil es rauschen rüberkommt durchs mikrofon was natürlich scheiße ist kann man so einfach sagen es ist scheiße und was noch viel beschissener ist keine hunde hier keine wölfe verdammte hacken ach verdammte hacke nochmal oh was war das rennt er da hinten hin der bleibt hier gut gucken wir mal hier ob hier irgendwo wölfe noch sind hier unten im wald oder so ist ja noch ein wäldchen blöde schweine ist da aber kein wolf so aber auch aufpassen dass wir da eine wolf jetzt hier nicht abhaut und nachher wenn wir den zweiten haben natürlich darf der mir auch nicht abhauen ich will doch vermehren ich will doch vermehren bei uns zuhause wie will ich schon vermehren natürlich blöd dass man jetzt so super was sieht hier bei dem licht echt zum kotzen dass das jetzt hier in die tach ist oder so mit dem regen ist natürlich auch extrem cool sieht man mal gar nichts und hier knall ich gleich runter die dumme kuh steht mir auch noch voll im blickfeld was ist das hier das wasser sollte aber eingehender unterlaufen gut probieren wir mal auf der anderen seite hier gibt es ja auch nochmal einen wald jetzt mal hier hoch na entweder ist hier oben Lava oder die sonne kommt bald gar nicht gar nicht nur sich schimmert von meiner fackel ja du komm mal hoch da ein kleiner grauer freund kommst du denn da nicht hoch machen wir den machen wir den eben so so könnte jetzt mal langsam tach werden hier dankeschön die blöden regenwolken die bringt es mir natürlich auch gerade nicht hier so wo ist der hund alter alter was soll denn das bewegt deinen arsch alter bewegt deinen hundearsch das war ein bisschen plötzlich hallo wer bist du für ein eimer hier na komm kriegst du die scheiße hier komm her hier zieh'n finger mein freund ja durchgeraten haben soo wo sind deine kollegen wo sind sie wir brauchen wölfe kleine wölfe kleine graue süße wölfe keine schafe nur wölfe 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 sieht aber man extremst was ist denn hier den weigern mal nicht soo hier sind wieder nur schafe blöde schafe und und ein paar duselige hühner aber keine wölfe schade na gut dann gucken wir mal weiter ja der folgt uns so wie es sein soll und machen wir einfach mal hier rüber ein stück in die richtung wo wir letztes mal hier ran sind und die kommt hinterher so süd feiner und die der feine macht da drüben ist ein creeper kannst du gleich mal zeigen was in dir steckt mein kleiner da ist ein creeper der bell nicht rander du kommt doch schon der greift ja natürlich nur dann an wenn ich keine farbe denn unmittelbarer ne natürlich blöd und mehr als explodieren macht der idiot ja nicht oh hier war ich schon mal hier war ich schon mal und hier gibt es irgendwo unter mir wahrscheinlich ein zombie also wieder eine doofe kühe überall nur blöde kühe wir gucken auch mal ein bisschen im wald weiter hier wenn wir welche finden dann im wald oh was ist das wenn wir welche finden dann nur im wald auf der hügel hab ich bisher noch nie einen wolf gesehen kopf du bist immer noch hinter mir jo ey es sind aber auch nur kühe alter was ist das für ne kacke der regen geht nur noch derbs offen zeiger hier krieg voll debris debris und depro wo mann muss ich mir den weg nach oben buddeln hier ist das lästig warte waren das hier nach dem baumstamm schade was haben wir hier hier rennen wir drum nach hühner das ist die hühner schon wieder alter mach ne so ne scherze hier so wie dein collega da letztens schocken ein voll mit ihrem scheiß stehen hier bleibe da ist es doch nicht normal auch schon wieder ein creeper da hinten creepy creeper wo ist er denn er hängt ja wohl hinterm baum oder irgendwo unterirdisch scheinbar ja unterirdisch naja was sei es jo weiter gehts weiter gehts weiter gehts weiter gehts wölfe warten aber wo wo sind die wölfe die auf mich warten ey ich will doch jetzt hier nicht nur mit ihrem hundchen nach hause gehen alter was soll denn das was soll denn die kacke gibt das doch wohl ne ja nun komm alter wo bist du wo ist denn der hund jetzt hier hin alter wo ist denn der hund jetzt hier hin alter ach da ein glück ja die typen sind wohl alle unterirdisch ja 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 ja